Ich bin Guido Limm und jetzt gibt es was typisch Psychedelisches. Brief an niemand, in Klammer, Kopfweh-Gedanken. Zahlreich sind sie, die Götter der neuen Zeit. Religion ist überall. An alles, an alles wird geglaubt. Nicht nur in Tempeln, nicht nur in Kirchen, nicht nur in Moscheen, nicht nur Erstarrung, nicht nur lebende Fossile. Sondern auch Bildschirme, Tastaturen, Touchscreens, Gehirnwaschmaschinen, seichte Pupsums. Stimmen singen, säufeln, flüstern, sanft, aggressiv nach innen gerichtet. Heilige Schriften in großen bunten Neonbuchstaben, fett gedruckt. Bedienungsanleitung fürs Klick. Gebrauchsanweisungen fürs Leben. Kochrezept fürs eigene Süppchen. Die Sprachpolizei legt mir einen Maulkorb an. Was darf ich sagen? Ganz neue Wörter in den Mund gelegt. Beton darf nichts. Dann, wenn kein Zweifel mehr übrig bleibt, so schmeckt das süß, wirkt aber giftig. Unter vollgeschriebene Tagebücher, keiner wird sie jemals lesen. In jedem Detail steckt der Teufel sinnlose Wahrheit. In Niemandsland ein Haus, die Wende weiß. Wer seinen Glauben verloren hat, bekommt dort Ersatz. Einfach, sauber, schnell, billig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gott sei Dank. Das wäre wohl ziemlich beschissen. Der nächste Text heißt Töte dein Idol. Er erscheint. Endlich. Den Vorhang aus Haaren wischt er aus seinem Gesicht. Er bewegt sich ungelenk, fordert auf zum Applaus. Ich, ich ganz nah, starre nach oben, fast ehrfürchtig, Teil eines Ganzen, Massenhysterie, freiwillig, gleichgeschaltet, fanatisch-loyal. Die ersten Takte, schöner Lärm, harmonisch schräg, der Boden vibriert, die Seele zittert. Kindische Freude, sonderbare, verrückte Texte, erwundert sich über diese Welt. Angesägte Melodien, Voodoo-Trommelwirbel, bunte Töne, langsam, schnell, Tanzbefehl, schreien, rufen, sich absichtlich anrempeln, Pogotanz, knapp zwei Stunden, die Zeit vergessen. Etwa 300 Leute werden glücklich, gemacht. Die Sonne scheint in dieser Nacht, verherrlicht, verklärt, Ersatzreligion, unverbindlich. Na und? So mancher wird da eifersüchtig. Ich töte mein Idol nicht. Jetzt noch ein, naja. Die totale Zukunft. Das könnte so eine Rammstein-mäßige Gitarrenbegleitung sein. Das könnte so eine Rammstein-mäßige Gitarrenbegleitung sein. Die totale Zukunft. Faules Fleisch fehlt von den Knochen, Würmer kommen angetrochen, früher oder später ist es soweit, schmerzlose Stille vom Atem befreit. Das könnte so eine Rammstein-mäßige Gitarrenbegleitung sein. Keiner mehr da, der etwas wie für immer steht, das Herzlein stimmt. Die totale Zukunft.